Also ich glaube, der davor, der war schon cooler. Ne, der davor war schon besser, ja. Ich glaube, jetzt mal bewusst die aggressiveren Sachen. Oh, ja, der ist auch gut. Der ist auch gut. Ja, das mal auch. Kommt! Kommt an die Sockenseite! Was war denn der zweite oder was, gell? Der zweite auch mal. Boah, ja, der, der ist gut, der ist gut. Ich glaube, der nehmt mich. Mach mal, der ist gut. Das ist er. Ich geh mal auf den Klo. Den nehmt mich, den nehmt mich. Ich geh mal auf den Klo. Das ist er, ich geh mal auf den Klo. Ja, ich geh mal auf den Klo. Ja, ne, ich geh mal auf den Klo. Nee, im Stehen. Ja, im Sitzen, ja, ist okay. Kann man da auch noch Dings ziehen oder was? Die Stimme noch ein bisschen ziehen. Koks hier. Koks? Wie, Koks hier. Ja, hast du was? Ein bisschen locker, wenn du noch hoch. Hey Leute, ich hab heute einen Rap geschrieben. Der ist nicht übertrieben. Ihr habt doch alle Stress im Leben. Nehmt euch eine Auszeit. Denn es ist... Kommt. Kommt an die Sonnenseite des Lebens. Ihr liegt sonst auf der Schnauze. Kommt. Kommt an die Sonnenseite des Lebens. Kommt. Kommt rüber an die Sonnenseite. Kommt. Jetzt kommt der letzte Strom. Okay, die kannst du einfach jetzt mit dazu klatschen, wo du einsetzt. Kommt. Kommt an die Sonnenseite des Lebens. Kommt. Kommt rüber. An die Sonnenseite. Also geht jetzt raus aus der Tür. Denn die anderen Menschen können nichts dafür. Pass mal auf die. Jetzt wird's gebaut. Kommt rüber. An die Sonnenseite. Kommt. Dann klatschen wir hier an die Stelle. Keine Strophe, sondern einen Refrain. Aber hör auf zu jammern. Und baust auf. Mit deinem Hint. Du hast... Boah. Geil. Kommt. Ja, geil, Mann. Sonst seid ihr des Lebens. Kommt rüber. Liebe es. Denn sonst findest alle Reise für dich. Ohne Haas. Geil. Geil. Sau geil, Dennis. In Not. Schau dich sonst morgens in deine funkelten Augen. Spür dich so ein verdammtes Vertrauen. Schau dich sonst noch in dir. Ja. Ja. Ich auch nicht. Schau dich, dass du saufst. Weil da ist ein bisschen zu... Da ist ja die Pause, ne? Ja. Da muss irgendwas an. Oder so ein... Was ist die Leute... Was man so... Kling, kling, irgendwie... Ich weiß nicht. Denn das Herz der Liebe leuchtet bestimmt noch nicht her. Sag mal, wenn ich loslegen kann. Kannst gleich loslegen. Ich mach Musik an, dann kannst du gleich loslegen. Ja, ja. Warte mal. So. Jetzt nehmen wir los. Zieht ihr morgens euren Rollladen hoch. Denkt ihr, ihr seid doch... Na, scheiße. In euren Kopf. Und geht nicht wieder wahllos in die Kneipe saufen. Okay, jetzt nochmal gut. Denzerweigern auch. Heute, hoffe, heute ist Schluss. Heute ist es wenig. Ist drei Nieder aufgenommen, oder? Ja, top. Ja, geil, Dennis. Geil. Wir sind hier mit uns, euren Rollladen hoch. Und hier, ihr seid doch bestimmt alle ein Idiot. Könnt die Sonne wieder mal nicht sehen. Bringt euch doch lieber ins Bett weg. Und das wäre es in den Tag. Aber ich will wieder ziehen. Ich warte einen neuen Tag. Und ihr wollt sehen, es wird eine gute Tag. Starten. Kratziger, oder? Nach der Versprechung hast du doch längst alles sagt. Musst aber nicht so auf die Straße gehen, wie die ganzen Idioten in unserem System. Was meinst du dann? Cleaner, oder? Clean? Was meinst du? Ja, clean heißt ja Dings. Sauberer. Sauberer, dass der nicht so kratzig ist. Ja. Wobei der bei dem Song natürlich kratzig absolut Sinn macht. Ja, gut. Dann machen wir den Larsen kratzig. Weil das, dann hörst du dich an wie so wie Goebbels, wenn du dein Megafon... Ja. Was hast du denn auszusetzen dran? Nix. Komm mal nicht raus damit. Ah, doch. Sag nichts mehr. Mia. Oh. Ah, zum Gehne. Oh. Das ist aber schlecht, ey. Das ist aber nicht so kratzig. 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 Vielen Dank.